Servus Assassin's Creed Freunde, ich habe richtig krasse Neuigkeiten und Leaks für euch. Ein neues Assassin's Creed wurde angekündigt mit dem Namen Odyssey und es gibt wirklich abartig viele Leaks über das Spiel. Wann ist der Release? Wo spielt das Ganze? Wann spielt es von der Geschichte her? Wen spielen wir? Entscheidungen sollen den Storyverlauf prägen. Es soll Olympische Spiele geben, da können wir teilnehmen. Es soll noch mehr Rollenspiel Anteile im Spiel geben, wie bei Assassin's Creed Origins und ja, es gibt einfach abartig viele Infos, Leaks und die möchte ich euch hier in diesem Video erzählen. Als kleine Info am Rande, Assassin's Creed Odyssey wurde mit diesem Schlüsselanhänger vorab geleakt. Man sieht hier einen goldenen Spartanerhelm. Kurze Zeit später hat dann Ubisoft einen Teaser veröffentlicht, der eine sehr bekannte Szene zeigt, die müssten die meisten Leute kennen, nämlich das ist Sparta aus dem Film 300. Kurz vorab, wer keine News zu Assassin's Creed Odyssey verpassen möchte, kann gerne meinen Kanal abonnieren und dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand. Kommen wir jetzt zu den ganzen Leaks. Man muss sie immer mit etwas Vorsicht genießen, da sie nicht offiziell bestätigt sind. Angeblich haben einige Leute das Game schon anzocken können und die berichten über Sparta und Leonidas und ein paar andere Sachen und das Ganze hört sich schon wirklich krass an. Ob das dann stimmt, das erfahren wir natürlich dann während der Pressekonferenz von Ubisoft auf der E3. Was wir schon in dem Teaser sehen konnten, das Game wird in Griechenland spielen und zwar 400 Jahre vor Origins und da gehen so die Beinungen ein bisschen auseinander. Die einen meinen davor, die anderen danach. Die Geschichte handelt um Leonidas und den Krieg zwischen Sparta und Athen. Layla soll auch wieder mit dem Animus uns begleiten. Das Spiel soll mit Leonidas in der Schlacht von Thermopylaen starten und wir können uns dann entscheiden, ob wir die Tochter Kassandra oder den Sohn Alexios spielen wollen. Verlässige Quellen berichten, dass man auf jeden Fall zwischen zwei Geschlechtern wählen kann. Wenn man sich dann für ein Kind entschieden hat, wird das andere am Anfang der Story sterben. Außerdem soll es Dialogoptionen geben, die die Story beeinflussen können und so auch verschiedene Enden. Die Karte soll angeblich alle wichtigen griechischen Städte enthalten. Man kennt das Ganze natürlich schon aus Origins. Ich denke, wir werden Athen, Sparta, Delphi, Atlantis bereisen können. Die Karte wird dann auch in mehrere Gebiete unterteilt sein und jedes Gebiet hat einen eigenen Anführer. Und den müssen wir rauslocken, indem wir eben Außenposten einnehmen. Und ja, das Gebiet wird auch oder die Gebiete werden restriktiv sein, bedeutet wir müssen eben ein gewisses Level haben, um dort zu überleben. Das Kampfsystem soll von Origins übernommen sein, wäre auf jeden Fall richtig mächtig. Das heißt natürlich, wir haben einen Skillbaum mit verschiedenen Fähigkeiten. Die Waffen sollen auch wieder verschiedene Eigenschaften besitzen, aber diesmal können wir sie selber wählen, selber einsetzen. Das Ganze nennt sich Gravieren. Wir müssen spezielle Missionen abschließen, bekommen dann eine Gravur raus. Diese hat eben eine besondere Fähigkeit, die können wir in die Waffe einsetzen. Und so haben wir natürlich dann, ja, die perfekte Waffe einfach. Das war so in Origins ein bisschen blöd. Man hatte da nicht die perfekten Fähigkeiten drauf, die man gerne hat. Und so können wir es natürlich selber wählen. Einen Gefährten haben wir ebenfalls wieder dabei, diesmal ein Adel. Ich glaube, das letzte Mal war es ein Falke, die Senu. Und ja, der Adel heißt eben Icarus. Tiere können wir auch wieder jagen, um Materialien zu erhalten. Und es gibt angeblich besondere Quests oder besondere Jagdquests. Und da können wir legendäre Tiere erjagen und bekommen besondere Belohnungen. Dann die Olympischen Spiele. Es sollen auch dabei sein. Wir vertreten dann Sparta als Kämpfer. Und wir können ein eigenes Schiff besitzen. Und das können wir dann aufwerten, verbessern. Man kennt das Ganze auch aus Black Flag. Zu guter Letzt soll der Fotomodus auch wieder mit dabei sein. Wäre auf jeden Fall richtig mächtig. Die Welt von Origins war wirklich wunderschön. Da konnte man richtig coole Bilder schießen. Das wird wahrscheinlich mit Griechenland genau gleich sein. Auch als YouTuber kann man den Fotomodus sehr gut gebrauchen. Das Game soll dann, ja, dieses oder bis März 2019 noch rauskommen. Wenn wir Glück haben, sogar im November. Ich weiß auch noch nicht, ob Division 2 angekündigt ist vom Release-Termin. Kann sein, dass vielleicht Division im November kommt oder erst im März und so wechselt sich das so ein bisschen ab. Bin ich mal echt gespannt. Wichtig, die Infos, die ihr hier bekommen habt, sind alles Leaks. Heißt, es muss nicht so sein. Es hört sich auf jeden Fall richtig krass an. Ihr könnt das mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu haltet. Ich selber muss sagen, das hört sich, oder ich sehe sehr viele, oder sehr viele Spiele wurden hier zusammengenommen. Ich sehe Inhalte von Wildlands. Ich sehe was von Far Cry, dann von Assassin's Creed. Sieht schon oder hört sich schon richtig mächtig an, wie wir das so rausbringen würden. Wäre es schon ein echt geiles Spiel. Das war es jetzt hier soweit vom Video. Wer mehr sehen will, kann gern auf meinem Kanal vorbeischauen. Ich würde mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.